Hast du die Life gesehen? Ja. Ich hab ein Fernglas auf... äh, kannst du das Fernglas hier aufheben? Ich kann das nicht aufheben. Fernglas? Siehst du das? Ich seh nur ein Grey Hoodie, aber kein Fernglas. Äh, guck mal hier, bei mir liegt hier, guck mal hier, da, wo ich grad hinziele. Bei mir ist da kein Fernglas. Hä? Ich kann das auch nicht aufheben. Okay, hier war auf jeden Fall einer. Ich geh einmal oben rumlaufen, gucken, ob ich einer schießt. Ich mach mal die Effekte hör, ich hör gar nichts, ey. Ich seh einen, ich seh einen. Ja? Ja, der sitzt, ey, der zielt auf mich, ich geh runter, yo! Ich häng fest, ich häng fest! Nein! Nein! Ich bin... Können wir, was machen wir jetzt? Da liegt hier Leute, da ist auf jeden Fall einer gewesen. Ne, Leiche, die überhaupt nackig war, gar nichts anhatte, wa? Ja! Frisst du gerade? Hm, ich hab jetzt real life getrunken. Passt du, ich dachte gerade, wir sind hier grad mitten in der Action und du frisst! Was? Das hält mich jetzt gewundert! Oh! Alter, ich hab mich jetzt verschreckt! SPS! Witz du die... Ah, ne, du hast ne 4! Naja... Aber hier sieht man auch wieder... So viele trauen sich nicht auf wahrscheinlich, wenn der Server voll ist auf neuer Field. Ja, ja, warte, guck mal! Uh! Wow! Oh! Ich bin so ein Depp, ich hab weiß Klasse gedrückt! Voll erschreckt, Alter! Ja! Ich mich auch, oh wusch, oh! Oh! Scheiße, ich wollte angesehen! Ich komm schnell weg, Gerrit, jetzt wissen sie, dass wir hier sind! Kacke! Mal gucken, ob hinten einer liegt noch, weil ich ihn ja gerade angesehen habe und dann war BUM! Scheiße, ich hab mich so verjagt zu beleid! Geil! Komm ins Prisoner, mach die Tür zu, okay? Okay. Das war... Warum jetzt? Vor dem Prisoner, so weißt du? Was ist los, ich bin in den Gebäuden, Bug ist nie bei mir! Oh, ich bin so voll fast, Alter, voll abgedrückt! Pistol liegt schon... Komm jetzt noch! Ich habe noch 48 Schuss, das reicht, ne? Ja. Drei, fünf, siebener Muni kann ich noch gebrauchen für... ...feine meine Magnum. Oh, EpiPen. Hatte ich nicht ein EpiPen? Ah, ne, ich bin... Oh, scheiße, ne. Brauchst du noch Bandagen oder so? Warte... Ne, hab genug. Warte, ne, das... War ich bei der Null, genau. Hast du die Tür im Auge? Ne, ich bin oben, noch. Komm runter. Die Tür jetzt, ne? Oh, ich bin fertig. Da liegt nur ne Maka rauf. Brauch ich aber nicht. Da ist einer, hinterm Prison. Achtung. Herzab! Herzab! Ich dachte eigentlich, ich hätte einen vorstellt. Komm mit da oben in den Händen hoch! Äh, her! Hab ihn. Ist er tot? Ja, er ist tot. Aber ich glaube, da war noch einer. Achtung. Jaja, ich hab einen gesehen. Du bist genau in die andere Richtung gegangen. Einen hab ich. Das ist jetzt noch einer mit nem Schwarz oben. Hier war noch einer auf meiner Seite. Er ist auch geil! Tot! Lol, der hat mir nen Headshot... Ich bin an... Ich bin an Kampfschiss! Der hat mir nen Headshot reingedrückt. Scheiße. Ey, beleg dich wieder! Komm, bitte, Mann! Tut mir leid wegen deinem Kollegen! Oh, mein Kollege! Der ist manchmal so! Der ist manchmal so! Ich bin an Kampfschiss! Ich bin an Kampfschiss! Keine Ahnung, ob ich den noch mitgenommen hab. Keine Ahnung, ob ich den noch mitgenommen hab. Ne, ne, ne. So schnell kann's gehen, ne? Du wirst grad gelooten. Du wirst grad gelooten. Du wirst grad gelooten. Und du wirst grad gelooten. Oh scheiße, wie schlecht war das! Warte, du bist zu linken nach links gegangen, ne? Ja. Ja. Dann hab ich eingese... Nix hai! Nix hai! Was wäre ein Nix hai? Was wäre ein Nix hai?! Was wäre ein Nix hai?! Was wäre ein Nix hai?! Ich wurde erschossen, wurde erschossen. Bin tot. Meine ganzen Sachen sind weg. Fuck! Fuck! Ja. Habt ihr immer mitgenommen, ne? Ja, einen haben wir. Ja, einen haben wir. Scheiße! Du bist nach links gegangen, ne? Ja. Ich nach rechts. Und von beiden Seiten kam einer. Die haben gewusst, dass wir da reingegangen sind. Ja. Ja. Einer kam von rechts. Einer kam von links. Einer kam von links. Ich hörte immer noch doppelt. Ja. Jetzt nicht mehr. Aber davor hat er nur dich im Chat gehört. Du warst für alle hörbar. Mir egal. Hier Leute. Wenn ihr nicht noch hört oder nicht, ist mir scheißegal. Das war echt scheiße von euch. Wir hätten euch auch nicht weggeholt. Okay, doch ihr. Egal. Einen haben wir gekehlt, ja. Was? Oh Mann, meine M4. Fette Sachen! Meine ganzen Sachen! Nein! Fuck! Werden wir mal da liegen geblieben, ne Dennis? Ja, aber siehst du, so schnell kann es gehen. Vor allen Dingen bei einem vollen Server. Aber die haben gesehen, ob dass wir da reingegangen sind. Weil... Einer... Ich konnte nichts machen, ich hab noch geschockt. Mein Schuss hat mich eh verraten, glaube ich. Wo bist du gespawnt? Selina Gorsk oder Svetiolaske, also diese Stadt am Hafen ganz im Norden, unter Novo. Boah, frag mich, wo ich gespawnt bin, Alter. Oh, Mann. Hier liegt ne Leiche auf der Straße. Aber die sind nicht alle Leichen. Der ist ohne Scheiß, hier liegt ne Leiche auf der Straße. Ne, ist das ein Zombie oder ist das? Hier ist ein Zombie. Aber das heißt, hier war einer, ne? Ja, klar. Der hat mich mit ner Knarre, ich hab einen Schuss und dann lag ich schon am Boden. Der hat mir nen Headshot reingedrückt. Was mich aufgeregt hat, ich war in Kantschitz und die haben mich wieder geholt. Der hat mir direkt nen Headshot gegeben. Egal. Einen M4-Kill. Huhu. 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 Ah, meine M4 ist von der Pro weg. Was mich aufgeregt hat, wir haben das geplant. Das waren glaube ich drei Stück. Weil irgendwie check ich das nicht ne? Fog, guck mal. Das müssten drei gewesen sein. Einer hast du weggeholt, ne? Hm. Von rechts kam einer, von links kam einer. Gerade wo du gesagt hast, da ist einer, habe ich auch einen gesehen. Der ging gerade ums Pürsen rum und wollte, glaube ich, reinkommen. Der ging da jedenfalls gerade ums Pürsen rum und ich so... Du hörst, du, da ist ein Herr? Ich weiß ja auch. Warte, einer tot? Hier ist doch gerade noch einer gewesen. Und dann wurden du und ich gleichzeitig abgeballert. Du mit einer Knabe und ich wurde... Mir sind erst mal Schüsse eingeschlagen, da habe ich noch probiert, wegzuremmen. Ja, aber es war voll komisch, ne? Standest du hier genau hinter mir, weil ich war sofort tot und dann warst du sofort unconscious. Nee, nee, ich stand dir noch vor dem Pürsen ungefähr. Ich meine... Oh, ist ja noch gespawnt. Oh, nice. Ich meine, er hat ja nur eine Pistole gehabt, der kann doch nicht zweimal gleichzeitig reinkommen. Nee, ich habe auch keinen gesehen. Der war ja hinten am Pürsen, hast du den noch gesehen? Ja, ich habe auf den geschossen und dann... Also, einer habe ich ja weggeholt, dann kam der zweite, der dann noch um die Ecke, wollte schießen, aber bup, war schon tot. Ein Headshot und tot. Das Geil ist, das ist halt flüssig, jetzt kalt mir jetzt immer. Oh man, wir waren so gut equipped wieder mal. Das sieht Pistolen aus, wo gut sein kann. Er hat den mit CR-75, das weißt du, oder die auch mal heißt. Ich bin ein Scherner, ich probiere jetzt unsere Sachen zu looten, Alter. Jo, mach. Die M400 Pro weg, ne? Ja, aber meine SKS kann da noch liegen, wenn ich Glück habe um meine Sachen. Ich hatte, wir hatten beide so viel, das können die gar nicht alles mitnehmen. Jo. Und Leif, wir verstecken die hier momentan nicht mehr so wirklich. Unconscious. Oh man. Aber bis ich da bin ich eh verhungert. Ich bin jetzt gerade erst mal ein Scherner. Noch nicht mal, ich bin gerade noch nicht mal an der Baustelle. Ich sieh's aber schon. Egal, das lade ich auf YouTube hoch. Das wenigstens was zu betrachten. Ich wollte sie, ich hätte sie ja auch geschossen, ne? Mhm. Aber ich hab keinen gesehen. Den einen, den ich nicht gesehen hab, der sagt, ich noch Hands up, ne? Wollte ich alle abdrücken, dann war er schon wieder in der Wand. Hätte nichts gebracht, hätte ich also auch nicht erwischt. Aber wir haben beide einen Kill gemacht. Das ist ja schon mal gut. Die zwei nicht zusammen, aber einen hab ich vorhin getötet. Das weiß ich. Ich bin Scherner und auf einer Baustelle wieder. Scherner ist einfach die Statter-Baustelle am meisten, finde ich. Oh, ich bin Beresino. Ja. Geil, Beresino PvP, ja? Hallo. Du spawst auch in Scherner, probierst es weiter und dann loot mich morgen zusammen auch und wir, äh, in Scherner, äh, wird er, äh, erfüllt. Mhm. Bei unseren Sachen sind jetzt, glaub ich, jetzt 100% weg, bis wir da sind. Achso, für dich und auch nochmal für, weil, das lade ich auf YouTube hoch, den Stream. Hier gab's Action. Und ja, ich wollte nochmal ankündigen, dass ich im Dezember eine Woche mal nicht da bin. Was? Nichts? Nee, da ist meine Freundin in Berlin. Wurde die nicht bei dir? Nö. Wie habt ihr mit ihrem MUELLER? in Fratzeburg. Dann über Skype und dann, ja, ne? Er will trabalho in Zombie. Sext, also, also, beziehung, ne? Nee, sie. Also, kann ich nicht sagen, also. Wenn dir, ich schalte meinen Maul. Hallo, motherfucker, Zombie. zombie mother fucker ja ich hab euch beleidigt scheiße deine frau wird verprügelt was willst du machen hier kriegst du auch noch ein paar schläge ja nein ja da und buch tot ne ja okay jetzt verprügelt mich bitte das war auf jeden fall klar war das waren drei leute wovon sind drei auf dem server das würde ich jetzt mal erzählen also ich habe zwei gesehen und einen haben wir weggeholt einer habe ich gesehen der war rechts seit einem links sie haben das richtige plan die kamen von beiden seiten und das war gut du hast die rechte seite übernommen ich die linke das haben wir gut aufgeteilt und so haben wir auch einen bekommen und dann ja kam der zweite und hatte ein bisschen glück ich will jetzt mal ehrlich sein ne also irgendwie war es einfach nur unkombiniert weil ich dachte wir rennen hinten rum und deswegen ging ich nach links ja ich finde auch wir haben einen weg geholt zusammen und einen habe ich auch allein also ich finde eigentlich ein gespieltes team auch immer ein bisschen mit glück und pech zu tun ja klar der hat echt ein zwei schüsse oder so nein er hat ja paar abgegeben aber ich war sofort tot nicht mal ein kann schüsse oder so also er muss mir ein headshot gedrückt haben und das ist ein helm oder nicht guck hättest du mal den helm aufgenommen naja problem ist ich glaube er die haben uns aber schon eine zeit beobachtet weil die haben das richtig geplant ja 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 einer kam von der linken seite einer von der rechten und dann stand noch einer da oder irgendwo ja ja da war auf jeden fall einer ich wurde auf jeden fall mit einer m4 wegeholt und du mit einer klare einen hast du getötet und wir wurden ja gleichzeitig weggeholt hm ja ich spawn nur noch im Norden ne das ist Elektro ja Elektro und hier wurde geschossen ich habe einen schuss gehört ich versuche den zu holen ja wie willst du ihn holen und das achten mega vielleicht oh der hat eine m4 der hat eine m4 kann ja sein dass das kleiner ist obwohl so jetzt schon Elektros weiß ich nicht naja wenn muss naja glaub ich nicht wenn muss er Teleport herkommen ja ne m4 ne m4 NULL hier ist einer M4 geworden nein Spaß nein bitte nicht Zombie ach man so ne scheiße ja verfolgt mich wieder ein kackzeug n t!